Hallo und herzlich willkommen zum FFDK Newsflash, Zahlen, Daten und Fakten. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber mir macht es momentan wieder richtig Spaß in den Kryptomarkt reinzuschauen. Viele Altcoins laufen hervorragend. Und Avalanche kurz vor der 100-Dollar-Marke, ich glaube wir waren irgendwie bei 94,42 Dollar, richtig nice. HBAR, gestern gab es ein Announcement, dass sie eine Listung bei eToro erhalten haben. War zwar nicht ganz das, worauf wir alle spekuliert hatten, als sie gehört haben, dass HBAR eventuell ein großes Listing bevorsteht, aber Coinbase Pro wird da sicherlich noch folgen. Trotzdem ziemlich nice, ich glaube gestern leider um die 15% im Plus. Heute Rally mit einer ordentlichen Rally. Die Engine Coin, generell die ganzen Gaming-Projekte, auch Gala gestern und vorgestern sehr gut gelaufen. Ja, ich glaube es hört einfach nicht auf, das Thema Gaming, also Play-to-Earn-Projekte. Und auch die Metaverse-Coins performen richtig gut, beschäftigt euch weiterhin mit ihnen, auch wenn der Preis mittlerweile etwas stark gestiegen ist. Ich glaube trotzdem, das ist nur eine Wahrnehmung, weil wir schon lange dabei sind. Wenn man das jetzt ganz sachlich und nüchtern betrachtet, ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und ich denke mal, in Zukunft wird dieses Metaverse-Thema ein riesiges. Und da werden sicherlich Decentraland und auch Sandbox, aber auch Engine und viele, viele andere Projekte, wie zum Beispiel AXS und so weiter, eine Rolle spielen. Der Markt riecht es bereits und dementsprechend sind ganz viele Gaming-Projekte gut am Laufen. Also, mein Tipp an euch, schaut euch auf jeden Fall mal die Gaming-Projekte an. Ihr könnt zum Beispiel mal Gaming-Projekte und dann CoinMarketCap eingeben. Und dann kriegt ihr hier so einen Top-Gaming-Token als Liste. Und dann könnt ihr mal sehen, welche Projekte da so drinstecken. Also, wenn die denn performen, performen meistens alle, meistens auch ein bisschen Zeit versetzt. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, dass ihr euch das mal anschaut. Und ich denke mal, es wird nicht mehr lange dauern, der wird auch Gala mal wieder angreifen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ja, wir schauen uns jetzt aber vor allem mal die aktuellen Zahlen an. Und ich habe für euch am Ende des Videos eine sehr, sehr spannende Update-Folie zu dieser ISO 20022-Ökosystem-Übersicht. Denn wir haben einen Update, in dem es etwas detaillierter beschrieben ist, welche Rolle welches Projekt einnehmen soll. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Der vielen Greed-Index bei 51, was soll ich euch sagen? Es ist cool, dass er wieder rausgekommen ist aus dem Keller. Aber wohin das jetzt aktuell gehen kann, kann man natürlich bei einem Wert von 51 nicht wirklich sagen. Ich persönlich habe ein sehr, sehr bullisches Bauchgefühl. Dazu vielleicht jetzt mal im Chart ein bisschen mehr. Wir sind aktuell in einer sehr angenehmen Situation. Nachdem wir jetzt wirklich viel Chaos erlebt haben die letzte Zeit und viele Leute auch sehr bearish sind, berechtigterweise, muss man ganz nüchtern sagen, es gibt eigentlich gute Indikatoren. Erstens haben wir ein höheres Hoch gesetzt, auch wenn es nur minimal war, aber es war ein Higher High. Zweitens scheint es so, als hätten wir auch ein Higher Low. Das heißt also, dass wir nicht tiefer kommen oder nicht mehr in die Sommer-Lows kommen, worauf ich spekuliert hatte, dass wir eventuell nochmal einen Test wagen. Glücklicherweise ist dem nicht so. Das heißt, eigentlich läuft alles nach wie vor im großen Picture relativ bullish. Jetzt haben wir heute den Vollmond. Ich gehe davon aus, dass das hier bereits der Boden war, den wir gesehen haben hier. Man sieht auch schon, die Bären haben ordentlich an Kraft verloren. Sind relativ klein, relativ wenig Volumen. Und es sieht gerade danach aus, als würden wir das Reversal sehen. Ganz unterschreiben können wir das Ganze natürlich erst, wenn wir jetzt gewisse Support-Level halten. Die 41.000er-Marke muss meiner Meinung nach definitiv halten. Sieht allerdings sehr stark danach aus. Wir haben jetzt die Vollmond-Phase. Meistens ist die das Einläuten einer neuen bullischen Phase. Und die geht in eben die nächsten zwei Wochen. Von daher glaube ich daran, dass Bitcoin relativ schnell wieder mit ordentlichem Momentum die 50.000-Dollar-Marke anvisiert. 49.892 Dollar wären hier so mein Ziel. Und das wären auf jeden Fall krasse Widerstände an dieser Stelle. Sollte die 50.000-Dollar-Marke irgendwann zeitnah mal wieder brechen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass all die Leute, die den Markt jetzt wieder verlassen haben, weil sie ein bisschen ernüchtert wurden, dass es auch mal negative Zeiten gibt, die werden so schnell wiederkommen, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Sie haben ihre Raketenschuhe nur weggestellt und nicht weggeschmissen. Und die werden sie dann wieder frisch geputzt aus dem Schrank holen. Ich finde, hier ist auch noch ein schönes Fractal, was ich gesehen habe. Und zwar, wenn ihr euch mal diesen Bereich hier anschaut, da haben wir ja ungefähr nach einer relativ bearischen Phase wieder ein richtig starkes Momentum, kurze Korrektur und dann ging es eigentlich bergauf bis hin zum nächsten All-Time-High. Und so ähnlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnte man das hier auch deuten, vielleicht sogar den ganzen Bereich hier. Wir haben also, nachdem wir diesen bearischen Moment hatten, dann eben Stärke gezeigt, sind dann mit einer riesigen Kerze rausgekommen aus dem Elend. Und jetzt sind wir gerade in etwa in diesem Bereich hier. Ich mache es mal wieder rückgängig, damit man es besser sehen kann. Wir sind vermutlich jetzt irgendwo in diesem Bereich. Nach einer kleinen Korrekturphase gibt es jetzt eben die nächste Welle. Und das ist das, worauf ich spekuliere. Das heißt, ich habe momentan natürlich einige Stops, aber ich bin momentan voll investiert. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel Viert auf der Seitenbank. Ich sehe das Ganze momentan als sehr positiv und bin sehr, sehr bullish. Gucken wir uns auch nochmal in dem Zusammenhang XRP an. Eigentlich gleiches Spiel. XRP zeigt momentan extrem viel Stärke. Ist aber auch die Jahreszeit von XRP, denn wir wissen ja meistens so zwischen Januar und April, also zwischen Q1 und Mitte Q2, haben sie eigentlich in der Vergangenheit oft bewiesen, dass da so die Phase ist, in der sie ganz besonders stark sind. Ich warte halt darauf, dass wir diese 1,90 Dollar rausnehmen und endlich mal bei XRP in Richtung All-Time-High gehen. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, was du glaubst, wo XRP bis Mitte des Jahres, ich meine jetzt nicht bis Dezember, sondern bis Juni landen könnte. Meine persönliche Prognose ist, bis Juni sehe ich XRP bei 5 Dollar. Wenn du wissen möchtest, wie ich darauf komme, kann ich das gerne am Freitag in unserem gemeinsamen Livestream mit euch erörtern. Ihr könnt mir alle Fragen stellen, worauf ihr Lust habt. Ich freue mich schon darauf. Also Freitagabend, ich weiß noch nicht genau, 8 zu 19 Uhr, so in den Dreh wird das Ganze starten. Und ich werde zahlreiche Rap-NFTs verlosen. Also seid auf jeden Fall dabei, was ihr dafür tun solltet ist, ihr solltet euch schon mal ein XLM-Wallet einrichten und da auch vielleicht schon mal mindestens ein, zwei XLM drauf haben, denn ihr müsst später, wenn ich euch den NFT gesendet habe, das Ganze claimen. Und um das zu claimen, braucht ihr halt einen Bruchteil von XLM, um das abzuwickeln. Werfen wir noch mal einen Blick auf die Hashrate. Da seht ihr es, es läuft nach wie vor wie am Schnürchen. Also wenn man es sich ausmalen dürfte, würde man sich genau so einen Grafen wünschen. Die Hashrate bleibt stabil, beziehungsweise steigt weiter. Ich habe hier noch mal für euch die Übersicht der Shorts vs. Longs. Ja, da seht ihr auch sehr, sehr ausgeglichen. Klar gibt es einige Börsen, wie zum Beispiel Bitfinex, da sind die Bullen leicht im Übergewicht, aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass es sehr ausgeglichen ist. Und der Markt, ja, relativ unentschlossen. Passt übrigens auch sehr, sehr gut zu dem Viren-Greed-Index. Der war ja auch bei etwa 50. Und hier habe ich noch mal eine Übersicht, einmal von Cracken und gleich einmal von Binance, welche Coins gekauft werden. Also ihr seht natürlich, US-Dollar oder Euro werden häufig in Tether gewechselt oder in den Bitcoin und Ether. Meistens aber nicht, weil man unbedingt Bitcoin und Ether hordeln will, sondern weil man die nutzt, um damit Altcoins zu kaufen. Momentan sind sehr viele Leute am Einkaufen von Cardano. Außerdem kaufen die Leute Polygon, Polkadot, Mana, XRP, Chainlink, Cosmos, Litecoin, Dai, Dogecoin und so weiter. Ihr seht es hier. Ja, Cardano, Matic und Polkadot holen auf jeden Fall mal wieder richtig auf. Ich hoffe, dass XRP folgen wird. Bei Binance sieht das Ganze komplett anders aus. Bei Binance haben wir zum Beispiel XRP als stärksten Altcoin. Ich gehe mal davon aus, dass Binance-Coin auch nur gekauft wird, um eben Trading-Fees zu sparen oder Handelsbare zu haben, genauso wie Bitcoin und Ether. Also ich gehe mal davon aus, XRP wird hier am stärksten gekauft. Ihr seht aber auch, es gibt viele, viele Projekte und ich würde euch empfehlen, ich verlinke das Ganze auch, dass ihr euch das regelmäßig anschaut. Es ist ein ganz guter Richtwert, diese Seite, weil man da gut sehen kann, welche Projekte gerade so ein bisschen FOMO erleben und wo die Leute gerade heiß drauf sind. Ist auch ein gutes Zeichen dafür, wie viel Support ein Projekt hat. Also gebt euch auf jeden Fall. Ja, Breaking, Eilmeldung. RCC leitet massive Untersuchungen von Binance Exchange ein und untersucht ihre Verbindung zu zwei betrügerischen Handelsfirmen, Sigma Chain AG und Merit Peak. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Außerdem grünes Licht für Bitcoin-Mining in Russland. Während die russische Zentralbank über den legalen Status von Kryptowährungen diskutiert und Präsident Putin auf eine schnelle Einigung drängt, liefern zwei andere Minister vier Vorschläge, wie man mit dem Mining umgehen sollte. Erstens, man sollte das bei Bitcoin-Mining legalisieren in bestimmten Gebieten. Zweitens, niedrige Tarife für den Anschluss von Kryptominern, ein Einführen eines Schwellenwerts für den Stromverbrauch und, das wohl wichtigste, Steuern auf die Gewinne oder den Umsatz. Und das ist mal wieder sehr interessant, denn Deutschland ist nie Vorreiter, außer bei Steuern. Da sind wir das große Vorbild aller Länder. Dazu solle man sich ein Vorbild an Deutschland oder Japan nehmen und Krypto-Mining als kommerzielle Aktivität ansehen. Somit würde eine Besteuerung bei der Umwandlung der gewonnenen Bitcoin in russische Rubel folgen. Ein anderer Vorschlag, die Gewinne der großen Unternehmen mit 20% zu besteuern, wovon 18% an den regionalen Haushalt gehen soll. Und Indien darf natürlich auch nicht fehlen. Indische Zentralbank, Kryptowährungen sind ein Schneeballsystem. Erst kürzlich signalisierte die indische Finanzministerin Grünes Licht für die Legalisierung von Kryptos. Nun hielt der Vize-Gouverneur der indischen Zentralbank dagegen. Er sagt, Kryptowährungen seien ein Schneeballsystem und hätten keinen intrinsischen Wert, also keinen inneren Wert. Erwarte die Regierung vor Folgen für die finanzielle Souveränität des Landes. Wir haben auch gesehen, dass Kryptowährungen nicht als Währung, Vermögenswert oder Ware definiert werden können. Sie haben keine zugrunde liegenden Geldflüsse, sie haben keinen intrinsischen Wert. Sie ähneln Ponzi-Schemes und sind vielleicht sogar schlimmer, sagte er. Wow. Auf jeden Fall deftige Worte. Ich finde, an solchen Nachrichten sieht man mal, wie schwierig es ist, da wirklich Regulierungen zu finden, weil alle immer sagen, hey, XRP muss ja nur reguliert werden, dann ist das Thema durch. Naja, ganz so einfach ist das nicht. Ihr seht schon, es gibt überall Winde, die gegen dich wehen, egal wie du es versuchst, auch aus den eigenen Reihen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema und es ist durchaus auch berechtigt, was er sagt, denn es gibt sicherlich einige Kryptowährungen, die vielleicht sogar von vornherein dafür gemacht wurden, um Leute abzuzocken, das aber jetzt zu verallgemeinern und zu sagen, dass quasi alle Kryptowährungen ein Schneeballsystem seien, das ist nicht richtig und ich denke, da wird er auch noch eines Besseren belehrt. Ja, kommen wir zum XRP-Update und da habt ihr, glaube ich, richtig Bock drauf, denn es gibt ein Update zu unserer weltbekannten ISO 20022-Grafik des Ökosystems und das kennt ihr ja von mir zumindest, wenn ihr diesen Kanal schon länger folgt, wenn nicht, schaut mal in die Videos rein, ich glaube, das habe ich 20 Mal mit euch durchgesprochen, das Thema. Da gibt es jetzt ein Update zu und ich werde euch das mal hier zeigen. Wir beginnen natürlich bei Ripple XRP und gehen das Ganze dann mal im Uhrzeigersinn durch. Ripple XRP ist dazu da, um in Echtzeit grenzüberschreitende Zahlungen abzuwickeln, das war uns, glaube ich, allen bewusst. IOTA ist dafür da, um Machine-to-Machine-Transactions, also das Automatisieren, das Maschinen mit Maschinen kommunizieren können und sich auch gegenseitig ausverwerten von menschlichen Daten. Bin immer sehr gespannt, was sie damit meinen, aber ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses Patent von Bill Gates mit dieser 666 Cryptocurrency System Using Body Activity Data. Wahrscheinlich wird das so eine Grundlage sein, menschliche Daten auszuwerten. Dann JP Morgan, P2P Cross-Border Payments for Financial Institutions, also JP Morgan wird in der Lage sein, Peer-to-Peer-Zahlungen über die Grenzen durchzuführen. Algorand, Decentralized Finance for Business and Decentralized Applications, also die werden insbesondere für Business Kunden interessant sein und auch für das Entwickeln von Debs. Circle, also die Firma, die hinter dem USDC Stablecoin steckt, wird dazu beitragen, dass die Businesses sich eben besser integrieren können in diese neue Welt. Sie werden also helfen aus der alten Welt in die neue Welt und quasi als Vermittler dienen. SWIFT, Secure Standard Sending Receiving Money Globally, ja im Prinzip werden sie das gleiche machen, was sie bisher auch getan haben, nämlich Überweisungen durchführen. Das Ganze wird dann wahrscheinlich über SWIFT GPI passieren. Ich glaube aber nicht, und das sieht man ja auch auf dieser Grafik, dass SWIFT und Ripple XRP sich in irgendeiner Form ausschließen. Auch das, denke ich mal, gehört dazu. SWIFT wird bleiben. Ich habe auch gleich nochmal einen Post für euch von SWIFT. XINFIN, International Trade and Settlement Mechanism for Debs, also internationales Handeln und ebenfalls eine Basis für dezentrale Apps. Außerdem kann ich da noch ergänzen, dass sie über ihre Hybrid Blockchain in der Lage sein werden, sowohl öffentliche Einsichten als eben auch die Möglichkeit des Privathaltens der Informationen. A3 wird weiterarbeiten, an verschiedenen Partnerschaften mit Unternehmen, auch gemeinsame Entwicklungen durchführen und über Cordern in der Lage sein, alles miteinander zu vernetzen und gleichzeitig eben auch private Business Transactions zu ermöglichen. IBM wird sich um das Thema Blockchain, aber auch Public Cloud Service kümmern und vor allem auch um sicheres Netzwerken. Und Stellas Aufgabe wird sein, Transfer Digital Currency to Fiat Globally. Also ihre Aufgabe wird nicht kleiner sein, als eben die ganze Welt mit digitalen Währungen zu versorgen. Ich gehe also sehr stark davon aus, dass Stellar eine extrem wichtige Rolle spielen wird. Und ich denke, damit sind wir die Grafik soweit durch. Ich werde die Grafik für euch verlinken, so dass ihr auch noch mal gerne eure eigenen Recherchen bemühen könnt. Aber ich denke, die Botschaft ist ganz klar. Beschäftigt euch mit diesen Iso-Coins. Falls ihr nicht mehr wisst, welche das sind, die Fahne, was gerade so passiert auf dieser Welt. Die BAS, der IMF, macht, dass der Iso-Fohr unfällt. Und wer bis jetzt noch unterschätzt, was bald passiert mit deinem Geld, der wird noch weinen in der Mamas Brust, weil er kein XRPchen hält. Also XRP, Algorand, Chainlink, XLM, H-Sparzerstörn, den letzten Skeptiker der fucking Welt, Iotas Tangle, Whiteweb, Iso-Standard, bald echt, FFDKP, prepare, Billionaire Mindset. Ja, und zu guter Letzt habe ich euch versprochen, passend zu Swift haben sie auch noch mal was rausgehauen und zwar zum Thema Iso. Iso 2.022 bringt große Vorteile für Banken und ihre Kunden. Hören Sie von der Deutschen Bank und HSBC, wie der Standard der grenzüberschreitenden Zahlungen verändert und wie sich die Finanzbranche darauf vorbereiten wird. Auch Swift ist mitten im Game und ich glaube es ist kein Konkurrenzkampf zwischen Ripple und Swift. Ich glaube die können durchaus koexistieren, jeder kriegt seine eigene Aufgabe, alle werden am neuen Geldsystem partizipieren. Gefällt mir als Isocoin-Hoddler natürlich richtig gut, ich hoffe dir auch. Das war's für heute, ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Denkt Freitag an den Livestream, bereitet eure XLM-Wallets vor, ihr müsst einfach nur einen Wallet aktivieren, indem ihr irgendwie 1, 2, 3 XLM da rausschiebt, dann ist das Ding aktiviert, dann kann ich euch den NFT senden, Freitag werdet ihr dann erfahren, ob ihr gewinnt, also schaut auf jeden Fall rein, ich freue mich auf euch, falls ihr in der Zwischenzeit unterhalten werden wollt und vielleicht das gestrige Video noch nicht gesehen habt, da habe ich ein Video zu BlackRock und Vanguard gemacht, ziemlich interessant, wie ich finde, ziehst du auf jeden Fall rein, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, bis bald. Ciao! 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 Damit ich Tradingview auf Reisen seh, ein bisschen Algorand und XRP, der Astronauten-Shoot, das Anger legt, nenn mich zurück, Wir suchen, so schnell wie Sie